So und Willkommen bei Heretic Episode 3 Map 9 die Secret Map Ja, also ich glaube mal wenn wir später in den beiden Add-ons Auch noch die Secret Maps finden Dann wäre das das erste Let's Play oder allgemein das erste Spiel bei mir überhaupt egal ob jetzt privat oder Let's Play Wo ich auch eigentlich bei allen Secret Maps finde Ist das ein bisschen witzig? Ich meine gut, die war jetzt auch nicht so schwer zu finden. Bei Doom sind sie wesentlich schwerer zu finden Oder ich habe einfach nur mehr Glück als Verstand gerade. Keine Ahnung Okay Da haben wir ein paar von diesen Viechern, die nicht so glücklich reinschauen Kann ich da hoch? Da ist eine Wand Okay, das ist eine Tür. Das heißt, ich kann das als Rücksitzpunkt benutzen Oh Gott, Vögel Oh mein Mann Okay Nein, bitte Ah, Alter, was war ich denn hier? Huh choking Danke voll versteck spiel hier alle weg ach du scheiße zwei körper schon wieder diese scheiß köpfe die gehen mir halt einfach direkt hart auf den sack so vielleicht noch die bfg gezickt bevor die ihr stunden machen wobei wir kommen gar nicht an die rand kann das sein ne nicht wirklich ok dann lasse ich die einfach mal sein gut hier brauchen wir einen gelben key den wir gar nicht haben wo geht es denn dann weiter die tür gehen auch nicht auf und ach du scheiße wo sind das für welche ach so ok damit wir das problem mit dem gelben key dann auch schon behoben so dass wir die richtige sache auswählen das da zum beispiel ok ich würde mal sagen einfach mal durch rennen schießt ihr gerade nach uns ne ne doch jetzt schießt ihr nach uns oh gott die kommen alle scheiße was habe ich getan was habe ich getan was habe ich getan hilfe wohin 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 ach komm einfach hier direkt ruf los und dann das stimmt doch mal bitte alter Alter, was tue ich denn hier? Secret Map und ich starte einfach mal alle Gegner mit einmal ein. Was ist denn hier los? Seht ihr noch mehr Gegner vielleicht? Nein. Schade. Klar, Ronny, renn genau rein. Weißt du, ich bin ein bisschen freundlich. Wenn die Gegner nicht zielen können, dann mache ich das ganz einfach, indem ich genau in den Schuss reinrenne. So sparen sie sich die Sniper. Ich bin quasi wie Matrix, nur dass ich in Zeitlupe nicht ausweiche, sondern genau reinrenne. Wow. Okay. Gut gelabert. Ähm. Oh. Hier waren also doch Gegner. Aber kannst du mal bitte stillbleiben hier und zieh los? Ich schau dich drauf. Ich glaube schon wieder ein 86er. Scheiß Lava. Äh. Das sieht aus wie ein Kreisverkehr. Oh. Ja gut, tut sich nicht. Äh, gut nicht. Dann lose ich das Ganze doch nicht. Können wir gleich wieder hier rausgehen. Aber können wir uns merken, dass der BFG-Munition ist. Das heißt, wir werden für die Köpper da sowieso einen BFG brauchen. So, was wäre jetzt hier oben? Ach, der Grüne Key. Ach du Kacke. Tschüss. Ich bin noch mal wieder weg. Ich wollte hier, ihr wollt doch verarschen hier, oder? Danke. Danke. Was? Wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Alter, irritiere mich nicht. Kannst du bitte sterben? Danke. Kein Respekt mehr hier. Okay, sieben Secrets. Warum gibt es hier in der Secrets-Map weniger Secrets als in der regulären Map? Der letzte hat wohl über zehn. Der ist ja sieben quasi im Witz. So, was gibt es jetzt hier? Sind wir noch mehr? Äh. Nope. Sieht ruhig aus. So, dann sind wir wieder hier. Das war der Anfang, ne? Wir brauchen aber was Grünes. Kein Anfang. Ähm. Grün wie der Emsian. Ist da auch was Grünes? Ja. Genau da, wo wir waren. Wir hätten einfach nur geradeaus weitergehen müssen. Alter, ich bin... Oh, krieg mich. Uäh. Dass ich auch nie nach oben gucke. Habt ihr richtig drüttelblick. Oh. Aua. Nee, halt so, da kamen wir. Äh, da. Was ist da? Ah. Guckt euch diese Hubs an. Oh Gott. Guckt euch diese Hubs an. Na, wenn das mal kein Zack quetsch mich mal ist. Wow. Alter, wir werden immer mehr. Ja. Oh Gott. Ich hab Angst. Äh. Ja gut, ich meine, wir haben ja zum Glück eine Menge BFT-Munition hier in der, in der, in der, in der, in der, in der, in der Digi-Sop-Pumstatt-Sonne. Aber trotzdem. So, gehen wir erst da rein oder erst ins Reporter? Äh. Wie geht das nicht da rein? Hahaha. Da siehst du, da lache ich nur. Bei dem witzlosen Witz. So, jetzt können wir in den, in den Reporter reingehen. Woaah. Das ist Munition hier. Woa. Alter. Oh, blau. Die Frage ist, finden wir hier blau oder, oh, ist noch ein Teleporter. Ah ne, von dem kamen wir. Ja, von der kamen wir. Äh. Hä? Auf welche Seite? Da. Achso. Das ist wieder auf die Tür. Das ist die Lüsch. Sind zwei Teleporter. Von welchen kamen wir? Ich geh einfach mal hier. Ne, das war der, der von dem wir kamen. Also auf die andere Seite. Oh oh. Oh oh. Ja, das war doch klar. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Komm, ich verschieße einfach mal die gesamte Ladung hier. Die können es ein bisschen besser gebrauchen als ich. Oh, alle drei getroffen. Äh, na, das ging jetzt doch relativ schnell. Ich dachte, da brauche ich länger. So, wo ist es für die blaue Key? Vor allem auf blau erkennt man halt super schön. So, hier ist irgendwas. Oh, da ist ein Teleporter. So, hier ist es wieder am Anfang hier. Auch nee. Ähm. Wow, wer mit einmal tot? Äh? Wow, ein heiliger Raum, wo nicht drin ist, aber viel gut. Echt ist genau das, was intelligent ist. Das ist genau das, was, ähm, ich erwartet habe. Äh, so, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Ich bin ganz, wo bin ich denn hier? Wo muss ich denn das lang? Da muss ich denn sagen. So, den ganzen Weg geht nach vorne. Äh, also wieder zurück, wenn ich doch. Oh, ich bin voll. Nice. Aber, geradeaus. Renn, renn, schneller. So, aber hier noch Munition, da hätten wir noch BFG-Munition, aber ich glaube, die ist mittlerweile auch wieder voll. Na, fast voll. Okay. Den Raum cutte ich nur gar nicht. Habe ich schon gar nicht gesehen. LOL. So, wir brauchen einmal BFG-Munition. So, was war hier? Hier war nichts. Da war auch nichts. Äh. Genau, hier war der Platt-Ummach-Raum. Und dann waren wir hier. Wir haben immer noch nicht den blauen Key, fällt mir grad auf. Äh, den sollten wir uns langsam mal holen und wo. Also wieder eine ganze Runde rum. So, da war der Raum, wo wir gerade drinnen waren. Oder? Nee. Äh, Momentchen mal. Bisschen mehrere Räume oder läuft jetzt hier jetzt hinten im Kreis? Doch, genau, das wäre der Raum, wo wir drinnen waren. Und da hinten ist was Orang-, äh, was Rosanes. Achso, das ist davon, wo wir kamen. Aber kein blauer Key, ich dachte, die gibt es auch vom blauen Key. Also hier haben wir uns irgendwas übersehen oder so? Nein, 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 nein. Also jetzt ist vielleicht, wo wir drinnen, wieder nicht zum Anfang geschickt. Vielleicht jetzt hier auch ein blauer Key. Nee, hier waren wir schon überall. Geh nochmal nach links, du Arsch. Nee, hier ist gar nichts. Was sollten wir denn hier wieder am Anfang, wenn hier kein blauer Key ist? Über diese Secret Maps, die machen aus allem ein Geheimnis. Wortspiel Deluxe. Tja, wo ist der blauer Key? Eine Frage, die sie schon wissenschaftler seit Generationen stellen und nicht lüften konnten. Also, wir sind, da unten ist der Kreis mit der BFG-Munition, da brauchen wir nicht hin. Was wir brauchen ist der Blauer Key, da oben waren wir schon überall. Da waren wir überall, da waren wir überall. Ja, der einzige Ort, wo wir noch nicht waren, ist das mit der BFG-Munition, aber eben, der F0-BFG-Munition. Da waren wir mittlerweile schon. Das ist ja total verflixt. Also, ich gehe jetzt noch mal in den Raum hier. Ich müsste was übersehen haben, weil hier ging es hin. Ach, wow. Ja. Oh, oh. Oh, oh. Okay, wisst ihr was, hier könnt ihr hauen. Bam. Äh, bitte nicht hauen, bitte nicht hauen. Ich sagte nicht hauen. Das war ja mal Folger nehmen. Ne, komm, das wird mit der Munition gar nichts. Er kommt her jetzt. Aber... Wo sind die anderen? Aber noch vier, oder sind die anderen jetzt mitten in das Ding da gerannt? Den, den mach ich mal platt. Ah, gut. Oh, Jum, ist auch was. Wie können wir da nochmal hin? Ja, egal. So, also jetzt haben wir den blauen Key. Ähm, das heißt, Munitionssechnien sind auch so weit voll. Denn ich schätze mal, der blauen Tür ist dann auch Ende im Gelände. Ich lasse jetzt mal trotzdem die Faffe hier gezückt. Das Ende war jetzt... Nein, auf der anderen Seite. So, gucken wir mal, was hier abgeht. Oh, boah. Okay, definitiv zu schwach. Seid mich mal doch lieber die hier. Au, boah. Okay, beide weg. Wir haben auch wieder ganz schön Damage bekommen. Äh, das heißt, wir gehen nochmal zurück. Jetzt haben wir uns mal doch die BFG-Munition, die da irgendwo lag. Wo auch immer. Äh, genau hier. So, einen guten Zehner-Stack könnten wir jetzt durchaus vertragen. Na, war das wirklich kein Zehner-Stack? Egal. Okay, mein Rechner wird schon wieder auf. Einfach just for fun. So, haben wir irgendwo Rüstung. Wir hatten doch am Anfang direkt Rüstung. Perfekt. Schön, können wir jetzt empfehlen. Ist ja, da war auch nochmal Rüstung gewesen. Oh ja. Ein 200er, also so eine Enhance. Oh, okay. Finken, bis der Arzt kommt. Alles, was ich wollte, war ein bisschen Rüstung. Gut, der Vorteil am Neuladen, da brauchen wir keine Rüstung mehr. Wir haben mehr als 100. Ja, das findet der Autofahrer da draußen auch so. Aber bloß wieder ein bisschen BFG-Munition. Ja, ist das so ein Kotz. Was mache ich denn hier für eine Scheiße? Ab in den Ziel, kein Bock mehr. Absolut kein Bock mehr. Alles andere ist voll, hoffe ich. Ja, sehr schön. Ab in den Ziel, ab in den Ziel. Es war für eine Secret Map relativ einfach, muss ich sagen. Vor allem diese drei Typen da draußen, die waren doch wesentlich einfacher, als ich dachte. Dennoch muss ich sagen, ab in den Ziel, einfach ab in den Ziel, einfach, 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 einfach Feierabend. So, na dann. Ja, schon mit V.